rock make blockchain hat den nächsten airdrop für die wm angekündigt unter anderem schauen wir uns auf jeden fall ein neues mitglied des teams an unter anderem schauen uns auch an wie sich das ganze bild um die komi meiner meinung nach jedenfalls so langsam formt das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem video willkommen an bord ich bin es dein captain dahin wie wie mit den wichtigsten vm news die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest und heute auf jeden fall wieder mit einer menge sehr spannende themen dabei unter anderem heute sehr komi lastig und bevor wir aber jetzt mit dem video rein starten möchte ich ganz gut sagen ich weiß nicht ob ich diese woche es tatsächlich schaffe ein live stream zu machen eventuell werde ich alleine stream eventuell mit jemand zusammen das wird ich aber tatsächlich relativ spontan ankündigen deswegen auf jeden fall die glocke hier aktivieren auf dem kanal dass ihr das auf jeden fall nicht verpasst und ich würde sagen starten tun wir jetzt aber rein in das gesamte video und zwar nicht mit meinem letzten video das auf jeden fall sehr gerne anschauen wenn ihr noch nicht up to date seid was die nächsten jobs angeht dort bin ich noch mal auf alle kommenden jobs jetzt in der nächsten woche und auch in den nächsten tagen spezifisch eingegangen deswegen wenn ihr das noch nicht geschaut habt das auf jeden fall machen unter anderem kommen wir zum nächsten airdrop und der wurde von broadback blockchain angekündigt für seine collection fischis und da könnt ihr auf jeden fall jetzt auch wenn ihr schon ein fisch sozusagen besitzt direkt auch diesen airdrop erhalten ich bin auf jeden fall sehr gespannt was da noch in zukunft kommen wird und ich finde es definitiv auch sehr cool was block hier mit seinen fischis so alles macht in der app kommen wir nun zu umi und gestern habe ich was auf twitter gefunden was mich dann doch etwas verwundert hat und zwar nämlich auf der seite von tengoku senso für alle leute jetzt nicht wissen was ist denn jetzt dieses tendoku senso das ist ein spiel was unter anderem auch mit dem umi token läuft das heißt dort drüber wird zum beispiel der umi token verbrannt du kannst ihn aber dann in diesem spiel unter anderem auch nutzen das ganze ja ist erstmal nicht weiter schlimm und auch nicht weiter meiner meinung nach interessant aber was dann auf jeden fall interessant war dass auf der webseite sie hier ihren partner natürlich wie wie beziehungsweise auch ich romi natürlich angegeben haben und und natürlich auch den umi token und dazu geschrieben available on binance beispielsweise coinbase crypto.com also sehr sehr großen exchanges wir wissen alle dass auf diesen exchanges noch lange nicht der umi token gelistet ist und die wahrscheinlichkeit dass ein sage ich jetzt mal subunternehmen beziehungsweise ein unternehmen was jetzt mit komi ja nicht direkt irgendwie zusammenarbeitet in dem sinne dass sie halt so eine tochtergesellschaft ist oder sowas muss man halt einfach sagen kann man diese sachen nicht wirklich ernst nehmen ich habe darunter auch hier geschrieben das ist probably not real and more joke von tengoku senso und dabei bleibe ich tatsächlich auch und viele haben das auch tatsächlich noch mal bestätigt hier sind das ähnlich und da hat sich das ganze thema für mich definitiv an dieser stelle erledigt das heißt natürlich jetzt aber nicht dass wir hier diese listings niemals sehen werden denn ich denke schon dass wir auf diesen plattformen beziehungsweise exchanges listen werden mit dem umi token aber dass es noch mal ein bisschen mehr zeit braucht was auf jeden fall aber sehr spannende entwicklungen ist und die sollte man definitiv nicht außer acht lassen ist das gesamte um ekromi was sich momentan aufbaut wir haben jetzt gestern die ankündigung bekommen forster hielt auch ein ehemaliges sehr aktives community mitglied um vivi und auch ekromi ist jetzt zum community manager ernannt worden beziehungsweise ist jetzt auch mit im ekromi team dabei und das ist auf jeden fall meiner meinung nach ein sehr guter schritt hier jemanden aus der community zu holen der sowieso schon in der community sehr beliebt war meiner meinung nach noch sehr bekannt war und meiner meinung nach ich kenne ihn auch persönlich ist er auf jeden fall ein kompetenter mann der das auf jeden fall denke ich mal sehr gut managen wird nichtsdestotrotz kommen auf den punkt zurück warum kommt jetzt plötzlich ein community manager her und meine antwort darauf ist eigentlich ganz simpel es wird was kommen für umi denn wir haben in den letzten wochen gesehen der twitter account von ekromi ja wurde auf jeden fall noch mal ein bisschen geupdatet wir sehen jetzt hier oben auf der umi utility token auf der wii app learn more about ekromi das heißt es wird ganz gezielt darauf geschaut dass hier im prinzip ja umi besser repräsentiert wird und wenn sie zum beispiel hier auch im namen das steht jetzt auch umi drin das war tatsächlich vorher nicht so es ist also meiner meinung nach auf jeden fall so eine leichte vorbereitung die hier stattfindet und auch eine weitere vorbereitung die sehr interessantes ist dass wir tatsächlich jetzt nach jahren auch einen eigenen ecomi discord gesehen haben bzw jetzt auch sehen ich werde euch den link zu diesem discord auch unten mal in die video beschreibung packen das ganze ist offiziell da ist kein scam dahinter keine sorge und das finde ich persönlich sehr sehr interessant dass jetzt hier plötzlich ein discord auftaucht ein community manager anhand wird und dass sich ecomi auch auf twitter noch mal anders repräsentiert mich sind das ganz klare anzeichen dafür dass ecomi hier gerade sehr aktiv etwas sich aufbaut in den socials um dann in den nächsten ein bis zwei monaten eventuell auch einiges zu releasen zum omi token wir sehen im oxea hat beispielsweise in frankreich was ende januar ist dort ist unter anderem ja auch ein crypto event vivi ist aber eigentlich eine nft beziehungsweise auch sammlerplattform da liegt es jedenfalls für mich ganz klar auf dem tisch dass ecomi hier unter anderem auch einige features announcen wird die dann in den nächsten wochen wirklich dann noch ausgerollt werden denn ja warum sollten sie sonst einen community manager einstellen einen discord machen für den ecomi drucken wenn ja momentan hier sowieso eigentlich nicht wirklich viel passiert meine meinung nach ist das die einzige lösung wo es hingehen kann und wenn man sich momentan auch noch mal den preis hier anschaut dann ist es auf jeden fall eine gute chance hier momentan noch mal einzukaufen wenn man auf jeden fall auch das sieht wie ich es auf jeden fall sehe also ich persönlich habe jedenfalls noch mal nachgekauft bin ich ganz ehrlich mit euch habe jetzt hier in diesen bereichen zwei mal nachgekauft jetzt natürlich sonderlich viel einfach weil momentan auch die liquidität nicht so viel ist hätte ich mehr würde ich tatsächlich auch momentan mehr nachkaufen aber was ich ganz klar sagen möchte auch an dieser stelle das ganze ist nur meine interpretation der dinge wie sie momentan passieren ich kann auch völlig falsch liegen damit deswegen sollte jeder von euch noch mal research betreiben und euch eigenständig damit auseinandersetzen und dann eure eigenen entscheidungen denn im endeffekt seid ihr für eure handlungen verantwortlich ich fand es aber insgesamt ein sehr spannendes thema und deswegen wollte ich euch einfach mal meine gedanken zu diesem thema auch zu ecomi teilen für mich persönlich ist auf jeden fall momentan auch der tiefpunkt beim omi token erreicht ich denke nicht dass wir noch aggressiv weiter nach unten fallen würden außer wir bekommen jetzt irgendein black swan event was den token wirklich insgesamt aber auch den gesamten kryptomarkt nach unten ziehen würde schreib mir du auf jeden fall sehr gerne deine meinung zu diesem thema unten in die kommentare mich würde es auf jeden fall sehr interessieren was du oder auch ihr da draußen denkt zu diesem thema ob der omi token jetzt nach oben gehen wird ob wir weiter erst mal stagnieren werden ob überhaupt was zum omi token kommt utility mäßig oder ob das erstmal weiterhin ruhig bleibt schreibst mir auf jeden fall sehr gerne unten in die kommentare das war es an dieser stelle dann auch jetzt mit dem gesamten video wenn dir da draußen das gesamte video gefallen hat gebt mir ein ganzes video sehr gerne ein like und ansonsten bedanke mich auf jeden fall riesig bei dir da draußen fürs zusehen und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen morgen mittag und abend und bis dann der captain tschau tschau